Vama Pavana Muktasana ist eine Übung zur Dehnung des unteren Rückens, wo du das linke Knie zum Brustkorb hinbringst. Raffaella zeigt, wie es geht. Von der Rückenlage ausgehend, beuge ein Knie und fasse mit beiden Händen um das linke Knie. Heißt ja Vama und das ist links und Pavana Muktasana ist die Stellung, bei der du ein oder beide Knie zum Brustkorb hinbringst. Es gibt Vipada Pavana Muktasana, wo du beide Knie zum Brustkorb hingibst. Es gibt Ekapada Pavana Muktasana, wo du nur ein Knie zum Brustkorb hingibst und wenn du das linke hinziehst, ist es Vama Pavana Muktasana. Eine gute Stellung für den unteren Rücken, gut auch für die Länge der Bandscheiben bzw. zur Dehnung der Bandscheiben, zur Regeneration der Bandscheiben und eine schöne Massage für die Bauchorgane.